Jetzt sag ich Kau noch. Nicht in die Ecke. Bist du mal gemacht. Ja, toll. Raschel doch mal, er kommt doch rausgeladen. Der ist noch dabei jetzt. Ach, der ist noch. Ja, da ist hinter die Ecke. Ich muss ein Pressen. Jetzt ist er fertig. Ich bin schon fertig. Ich muss erst trinken. Moment. Ja, genau. Lass mich direkt mal runterschlafen. Das ist aber so, dass er vorne perfekt da steht. Ja, ich trink ihn. Dann hängt er da unten eine. Nicht filmen lassen. Ach so, da finde ich Spaß. Ups, aber eine. Bier. Komm. Mann. Komm her. Ja. Ja, der untere nimmt es sich sofort raus. Der hat da gar kein Problem sein mit. Der oben. Jetzt hat er sie wieder vergraben. Der spürt die Kamera. Mensch, geht es dir heute gut, wollte ich es gerade sagen. Ja, jetzt reicht es. Zum Fett hier. Boah.